Jetzt kommt das Neue. Das hier ist die Ebene 1. Das hier ist die Ebene 2. Und das hier ist die Ebene 3. Hier oben an der Stirn ist der sogenannte Kortex durch unser Bewusstsein. Hier kann ich alles lesen was mit eurem Denken zu tun hat. Die Ideen, die Art des Denkens, welche Richtung es geht. Darum machen wir ja auch so. Wenn euch so etwas bewusst wird. Wenn ihr eine Idee habt, wie zum Beispiel, ich will ein Blümchen zeichnen. Dann rutscht die Idee nach unten hier runter. Und darum habe ich das markiert. Weil da, wo es runter rutscht, kann ich Folgendes lesen. Mit welcher Einstellung, Persönlichkeit, Indiasmus, Energie, Konzentration, Blablabla und Geschwindigkeit der Entscheidungen. Und, 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 und. Kann ich nur ab dieser Linie lesen. Nur diese Linie. Und dann rutscht es hier in die zweite Ebene. Und die zweite Ebene, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind die Augen, Ohren und Nase. Das sind Wahrnehmungskanäle. Wenn es stinkt. Wenn ich etwas höre. Wenn ich etwas sehe. Ja. Das löst relativ viel an Emotionen aus. Und darum ist es auch schon speziell. Was man hier lesen für einen Faceführer. Unheimlich spannend. Obwohl die meisten Menschen das Gefühl haben, da oben spielt das Leben ab. Die Realität. Mhm. Aber ich sehe hier noch ein bisschen mehr. Und das ist so das, was uns eigentlich ausmacht. Ja? Ja? Spannend, he? Also, da ist die Wahrnehmung. Da sehe ich alles. Alles. Arbeit. Alles. Alles. Alles, was mit der Wahrnehmung zu tun hat. Und dann, also so quasi, wie möchte ich das, wie möchte ich das Blümchen, wo ich da oben denke, ich will das Blümchen zeigen, zeig. Okay, wie soll es aussehen, wie soll es riechen. Und ich will mir das richtig schön vorstellen. So. Und dann rutscht es nochmal eine Ebene runter. Und diese Ebene da, die ihr seht, das ist die, wo ich sehe, mit was für einer Analyse rutscht die Idee dort runter. Ja, die ihr kreiert habt. Also, müsst das mit Menschen sein? Ohne Menschen? Oder allein? Soll das viel Zeit in Anspruch nehmen? Braucht ihr viel Freiheit für das? Oder mit was für einer Macht könnt ihr euch da auseinandersetzen? Also, extrem spannende Ebene. Und diese Ebene, da geschehe ich vor allem, mit was für einem Platzanspruch ihr da das Blümchen nachher zeichnet. Ja. Also, wenn ihr irgendwie... Das lassen wir jetzt mal. Da unten ist der Macherbereich. Das heisst, ihr zeichnet das Blümchen nachher. Hört. Hört. Es ist verrückt spannend. Bis jetzt sind ihr mitgekommen. Keine Fragen. Alles gut? Das ist eigentlich so... Einfach mal das Grundwissen, das wichtig ist. Weil wenn die Ebenen unterschiedlich sind, es gibt Menschen mit einer mega hohen Stirn, Kinder auch, mit mega hohen Stirn und unten eher wenig, das sind Denker. Ja. Und wenn die jetzt mit einem Kind zusammen sind, die so eine Wahrnehmung haben, so, und alles andere klein, dann verstehen die sich komplett unterschiedlich. Es gibt zwei unterschiedliche Sprachen. Das eine sagt, ich denke, ich stelle mir vor, und der andere sagt, ja, aber das fühlt sich doch für mich dann so an, und das muss doch so sein, und so sein, und der andere hat null Vorstellungen. In diesem Bereich, aber er hat ganz viel Wahrnehmung. Und das Kind da unten, wo es so ist, und oben eher kleiner, das ist dann das, was einfach mal alle Türen einsteckt, alles um den Ranzen herum wirft, weil das macht einfach. Ohne überlegen und schauen, was es wahrnimmt. Der Geschätzchen. Erstens mal, deine Hosen sind verkehrt. Zweitens, deine Schuhe, links und rechts, ist umgekehrt. Ist das nicht unbequem? Nein, Mama, ich möchte jetzt aus dem Fussball spielen. Ja, Schatz, aber es wäre noch vorteilhaft, du würdest wenigstens das T-Shirt anziehen. Also null Wahrnehmung zum Teil, einfach nur hauptlich raus machen. Okay? Das sind dann so die Kiddies. Im Erwachsenenalter ist es nicht anders, das ist einfach in einem anderen Bereich, im Business. Und die Diskussionen sind einfach etwas grösser, und jeder hat das Gefühl, er hat recht. Jeder hat schon recht, das stimmt. Jeder hat recht, einfach auf seine Atmenweisse. Okay? So. Jetzt dann, ihr Lieben. Ich stelle euch Kinder in Form von Elemente vor, damit ihr eine bessere Vorstellung davon habt. Ja. Ich stelle euch noch ein bisschen ins Rampenlicht rücken. So. Voilà. Ich werde euch auch zeigen, wo man das im Gesicht sieht, damit ihr auch besser nachvollziehen könnt, warum mir das so wichtig ist. Weil man Menschen wie auch Kinder in Elemente einordnen. Achtung. Jedes Element hat ein Grundgefühl. Hört bitte auf die Wortwahl. Die Grundgefühle. Also die Gefühle haben einen Grund, dass sie da sind. Okay? Also wenn ich die jetzt aufzähle, die Gefühle, dann könnt ihr euch das erste Mal einfach damit auseinandersetzen, was ihr dabei fühlt, wenn ich sie aufschreibe. Ob ihr einfach findet, nein, lieber nicht. Oder findet, ja, geiles Gefühl, schön, wenn ich das fühlen kann. So. Also. Beim Wasser, Element Wasser, ist es... Das ist immer eine gute Übung für meine Face-Reader-Teilnehmer. Das muss nämlich sitzen, der Zeug. Ist es Angst. Also Kinder, die Wasser sind, haben in allen Dingen, mit denen sie konfrontiert werden, Angst. Ein 100% Wasser-Kind. Ein 100% Holz-Kind hat als Grundgefühl Wut. Das ist so das, das sind meistens auch die Jungs, die die Türen zu machen. BAM! Und dann noch drei gehen, BAM! So. Und das Feuer, das Feuer ist ganz speziell. Das Feuer ist... Begeisterung. Element Feuer, das Grundgefühl Begeisterung. Achtung, als Psychologin habe ich mich echt gefragt, Begeisterung? Ernsthaft? Ist das... Also, die sind ja eher so die, die man nicht so gerne hat. Und Begeisterung? Ja. Weil, nochmal, ein Face-Reader kennt zwei Richtungen. Der gewinnende Teil und der verlierende Teil. Alle Emotionen, die dir hier jetzt aufzählt bekommen, kann man gewinnend und verlierend leben. Okay? Das war eine Reaktion, das ist geil. Und Begeisterung kann man auch verlierend leben. Denn wenn man begeistert ist von einer Opferrolle, ich glaube nicht, dass man da wirklich gewinnend durchs Leben geht. Vielleicht gewinnend für den Moment, weil man hat sich ja das auch ausgesucht. Und es hat eben immer einen Grund. Aufpassen, nicht werben. Wenn ihr werdet, dann werdet ihr zum Gefangeniswerber. Das ist nicht fair. Okay? Element Erde hat das Grundgefühl Sorge. Und ich werde euch dann, wenn ich die Kinder vorstelle, ihr werdet so gut verstehen, ihr werdet so 100% eure Kinder finden und euch selber. 100% davon bin ich überzeugt. Und das Metall? Oh. Jetzt wollte ich schon die Lösung hinzuschreiben. Trauer. Könnt ihr das lesen? Ja? Okay. Das ist sehr wichtig zum Wissen. Sehr wichtig. Ja? Ha! Das Beste kommt immer am Schluss. Bei mich alles auflösen natürlich. Bei mir gibt es immer Lösungen. Und, ich werde euch dann auch sagen, ich werde euch eine Möglichkeit geben, wo ihr das downloaden könnt. Weil ich weiss, es ist viel Information. Bei mir am Vortrag gebe ich normalerweise immer etwas mit. so als Notiz, als Gedankenstütze. Und diesmal werde ich es herunterladen. Und das werde ich euch dann am Schluss sagen, wo und wie ihr das nachher dann für euch alles brauchen könnt. Einverstanden? Roger. Also. Ganz wichtig. Grundgefühle. Das bedeutet natürlich auch, dass man dann halt auch auf seinen Grund kommt. Und den Grund des Daseins. Element Wasser-Kinder. 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 Ich liebe Wasser-Kinder. Wasser-Kinder sind so die, erstens mal erkennt man das Wasser an den Augen. Weil die Augen sind so ein wenig mystisch. Man könnte so richtig in die Augen eintauchen. Sprichwörtlich. Ja? Und sie haben meistens auch sehr hohe Stirn. Und so eine hohe gewölbte Stirn steht für die Vorstellungskraft. Ja? Und weil sie das so haben, die Wasser-Kinder, verlieren sie sich komplett in der Zeit. Also das sind so die Kinder, die können sich so an einem kleinen Mücketing so stundenlang oder mit einem Büchli irgendwo stundenlang und wenn man dann noch hundertmal sagt, mach jetzt, dann ja, Mami, grad. Ja? Grad heisst für sie, du musst dich im Minimum noch viermal daran erinnern, dass sie gerade gesagt haben. Ich habe ja gerade gesagt, sie ist noch vor 20 Minuten gewesen, Schatz. Sie verlieren sich komplett in der Zeit. Das ist übrigens auch so, wenn sie älter werden. Das sind so die, die immer zu spät kommen. Auf den letzten Drücker. Meistens finden sie so im Erwachsenenalter, das ist furchtbar. Ich bin immer unter Zittern. Hast du irgendwie... Ich komme am Viertel ab. Zehn Minuten muss man ihnen immer einfach Übertritt geben. Aber ich habe viele Kunden bei mir und auch Kinder. Es ist so spannend. Weil, Achtung, Wasser-Kinder sind wirklich tief. Man sagt nicht immer sonst Wasser. Ja? Weil man sagt ja... Tiefe Wasser... Wasser... Stillen Wasser sind tief. Genau, danke schon. Stillen Wasser sind tief. Und genau so ist es auch bei diesen Wasser-Kindern. Sie sind eher ruhig. Ja? Aber... Dafür in den Emotionen sehr, 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 sehr tief. Und was auch sehr gut ist bei ihnen ist, sie haben so eine grosse Vorstellungskraft, dass es für sie der Horror ist, in der Schule mitzumachen. Das sind wir schon mal vor dem ersten Problem. Weil das sind die, die so da sitzen. Ich kann das nicht einmal so im Stuhl liegen. Ja? Weil sie so am besten lernen. Und wenn der Lehrer sagt, oder die Mami sagt, oder der Papi sagt, schau richtig hin. Das machen sie übrigens auch am Esstisch. Weisst du was? Das Wasser muss fliessen. Erkennst dich? Gell? Es ist... Entweder so. Oder so nach vorne, über den ganzen Tisch. Oder so. Hauptsache irgendwie so einem Fluss. So gerade sitzen. Das geht für Wasser-Kinder nicht. Das ist furchtbar für dich. Okay? Und das erste Problem sage ich jetzt einmal an. Weil die Fähigkeiten von Wasser-Kinder sind wirklich grandios. Sie sind so tief in ihren Emotionen, dass sie an einem ganz speziellen Ort sind. An einem Ort, wo wir vielleicht nicht so herkommen. Weder als Erwachsene, noch vielleicht als andere Elemente. Das sind Orte, wo... Ja, ich sage es jetzt einfach mal so wie es ist. Vielleicht sich mit Themen beschäftigen wie Tod und Geburt. Das sind Kinder, die der Weisheit und der Mystik zugeordnet sind. Das sind Kinder, die Fragen stellen. Wo sich ein Erwachsener so denkt. Hä? Was? Du bist doch erst drei. Oder vier. Oder fünf. Das sollst du gar nicht wissen. Das sind Kinder, die sich wirklich extrem mit Sachen beschäftigen. Wie, was sind Geister? Was sind andere Planeten? Was ist Zauber? Mami, ich habe gesehen, wie etwas einfach so da ist. Ein Durchsichtiger. Und du hast ein Geist gesehen. Und das sind Wasser-Kinder. Und ich würde mich schütten, davon zu sagen, dass das nicht existiert. Weil aus der Quantenphysik und den Schulungen, die ich im Studium hatte, weiss ich, dass einiges mehr da ist, als das, was wir sehen. Ja? Für irgendetwas haben wir ja auch unsere Gefühle. Und das spüren. Und die Tiere zeigen uns das sehr, sehr klar. Ja? Und die Wasser-Kinder, die haben in der heutigen Gesellschaft extrem Mühe, mit dem gut umzugehen. Jetzt, was auch ganz wichtig ist. Wer ein Wasser-Kinder zu Hause hat, Sie gehen zu oben nicht gerne schlafen. Egal, was Sie machen. Es ist egal. Egal, was für einen Deal sie mit dem Kind machen. Vergiss es. Sie gehen gerne ganz spät ins Bett. Und haben wirklich Mühe, ganz früh aufzustehen. Für sie das Schlimmste am Morgen irgendwie, das sind so die, die sich im Halbschlaf anziehen lassen. Das Pausenbrotchen jetzt schwischen. Und so in die Schule laufen. Und dann am Morgen so in der Schule sind. Aber glaubt mir, wenn sie hochschauen und so sind, dann sind sie aktiv. Also schlimmer wäre so. Aber das ist eigentlich klar. Wasser-Kinder sind einfach sensationell für unsere Gesellschaft. Aber werden komplett verformt in der Schule. Wenn sie gegen ihren Rhythmus eigentlich gross werden. Wenn ihr jetzt ein Problem mit einem Wasser-Kinder anschauen wollt, dann macht man das am besten zu oben. Zu oben spät. Und dann lässt man im Wasser-Kinder die ganze Nacht die Zeit alle Frauen unter uns mit dem Problem ins Bett gehen lassen. Ohne Lösung. Denn am Morgen irgendwann im Verlauf kommt das Kind von alleine. Für uns Frauen ist das manchmal unvorstellbar. Aber das geht auch bei den Mädchen, die Wasser-Kinder. Wirklich? Ernsthaft? Verdienten das gut. Die brauchen eben Zeit. Weil Wasser. Schaut. Wenn ihr ein Glas nehmt und ihr macht es so. Und dann bleibt ihr stehen. Dann geht das Wasser weiter. Schon mal gemacht? Und dann geht es ein Zeitchen, bis das Wasser wieder ruhig wird. Wasser-Kinder sind gleich. Wenn wir sie aufwirbeln, dann muss man ihnen Zeit geben, um die ganzen Gedanken zu ordnen. Um sich das wieder fassen und daran klar rüber zu bringen. Das ist wichtig. Wenn sie beim Aufwirbeln, dann wird einiges aufgewirbelt. Vielleicht auch mal etwas Dreck oder Sachen, die sie einfach untrüb macht. Und dann haben sie keine klaren Gedanken. Ist das nachvollziehbar? Darum brauchen sie ihre Zeit und ganz viel Verständnis. Und für die Eltern, die sich fragen, was man dann machen kann. Übrigens tue ich euch das alles auf ein Dokument. Und dann auch darauf, damit ihr das dann habt. Wirklich. Um nachzuschauen, wie ihr das Kind am besten lernt. Wasser-Kinder sind so. Zum Beispiel. Sie tun mega gerne die Ohren zuheben. Einfach nur zum testen, wie es ist. Weil wenn sie Kopfhörer drin haben oder die Ohren zu machen, dann sind sie mega bei sich. Dann ist es wie eine eigene Welt. Das sind dann die, die eigentlich in der Badewanne abtauchen und stundenlang nur das Geschichte so da behalten und die Ohren unten einfach so an die Decke lauten. Einfach nur, weil sie sich selber hören. Und jetzt ganz wichtig. Die Kinder können auch am besten lernen, wenn sie Ohrenstöpsel in den Ohren haben. Oder auch für die Erwachsenen. Wenn ihr Wasser seid, dann macht bei den Prüfungen oder bei irgendwelchen wirklich wichtigen Entscheidungen einfach Ohrenstöpsel rein. Ihr habt viel besseren Zugang, weil ihr seid so schnell abgelenkt. Und die Kinder auch. Und aus der Hirnforschung und aus meiner Praxiserfahrung als Psychologin in der Hirnforschung, weiss ich auch, dass Gegebenheiten beim Lernen rein theoretisch eins zu eins an der Prüfung sein müssen. Weil sonst kann man nicht abprüfen, was man gelernt hat. Das ist viel schwerer. Das funktioniert nur bei Elemente Holz, aber das erkläre ich euch danach. Warum? Bei allen anderen ist es mega schwer. Das heisst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr euch dem Kind ein Gefallen, wenn ihr es in einem ruhigen Ort reinpapet und sagt, du musst nicht lernen, kann das nicht so toll sein. Oder an der Prüfung oder an der Prüfung ist jedes einzelne kleine blöde Geräusch mega störend für das Kind. Und für Wasser-Kinder noch schlimmer. Und dann fragt man, warum Wasser-Kinder nicht gut sind. Wasser-Kinder sind im Verknüpfen von Sachen, die sie hören, unglaublich in der Zusammenhang. Der Wahnsinn, die können sich bildlich Sachen vorstellen. Die suchen einen Weg, den gibt es gar nicht. Die kommen auf Lösungen. Keine Ahnung wie, sie wissen manchmal selber nicht, aber es ist richtig. Und dann kommt der Lehrer und findet, wie hast du das ausgerechnet oder wie bist du auf die Lösung gekommen? Und schon haben sie schlechte Noten. Was ist denn das? Hallo? Das ist doch kein Leben. Also ganz gut schauen, Wasser-Kinder sind in diesem Bereich sehr, sehr speziell. Denn, ich schaue immer da nicht, dass ich mich zu fest verliere. Sie sind, natürlich, weil sie so eine Tiefe haben, das wissen wir alle, auch sehr verletzbar. Ja? Weil umso tiefer, dass man geht, umso verletzbarer ist man. Nachvollziehbar. Und am Kini kann man schauen, wie willensstark ein Element Wasser-Kind ist. Umso kräftiger und stärker das Kind ist, umso kräftiger und stärker der Willenskraft ist auch das Kind. Weil für Angst gibt es eine Lösung. Ja? Und da spielt das Kind eine grosse Rolle in der Umsetzung. Weil ihr wisst ja jetzt, der unteren Bereich steht für das Machen. Richtig? Genau. Ganz wichtig ist auch, es ist ganz normal, dass Wasser-Kinder sich zurückziehen. Vor allem, wenn sie verletzt werden, dann verstecken sie sich meistens hinter einem Kasten. Das macht nicht jedes Kind. Andere Kinder knallen, machen sich aufmerksam oder kommen zu sprechen. Oder machen sich unheimlich viele Sorgen. Das merkt man dann auf jeden Fall auch. Aber Wasser-Kinder, die können sich verstecken. Unter dem Bett, hinter dem Sofa, hinter dem Kasten, im Kasten. Und dann einfach sein lassen. Das ist wichtig für einen kurzen Moment, wirklich nur einen kurzen Moment. Damit sie schnell sich sammeln können. Und das Einzige, was diese Wasser-Kinder dann brauchen, ist, in Arm genommen werden. Sie brauchen die Sicherheit. Das Gefühl, dass sie Sicherheit haben. Ja, weil manchmal, könnt ihr euch vorstellen, wenn man als Zauberer geboren wird, mit einer solchen, dermaßen Kraft, dass wenn man einmal so macht, dass es alles umwirft in deiner Umgebung, inklusive dich selber irgendwie in der anderen Ecke schwingt, und dann hast du natürlich Angst vor jeder Bewegung, die du machen könntest. Und dann braucht es manchmal einfach einen grossen Zauberer wie euch, der das kleine Kind in den Arm nimmt und sagt, ist alles okay, das kann passieren. Wenn man noch jung ist, ist man am Lernen. Also eigentlich auch noch, wenn man alt ist, mit allem, was man neu hat. Aber zu diesem Thema kommen wir noch her. Jetzt anziehen ich euch auch noch. So. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre das zum Thema Kind. Ja. Bei Wasser. Jetzt noch eine Frage dazu. Sensationell. Wir kommen später auf jeden Fall. Damit ihr auch eine Vorstellung habt, gebe ich euch sogar noch ein Geschenk. Und zwar erzähle ich euch auf, was für Archetypen das Wasser-Kinder sind. Damit ihr sofort Archetypen, so ein Beschrieb, wo sofort euch einen Blick gibt. Ah, alles klar. Okay, sind ihr bereit? Das Erste wäre zum Beispiel Künstler. Das Zweite wäre Erfinder. Weil sie müssen ja hier oben, da sind ganze Welten da oben beim Wasser. Ja. Unglaubliche Welten. Und Philosophen. Das sind die drei Archetypen, die mega zum Wasser passen. Ist gut? Also. Jetzt komme ich zu meinem, ich kann nicht sagen Lieblingskind. Einfach, das ist so mein, das ist mein Spassvogel. Das ist das Element Holz. Das Element Holz, das ist das Kind mit dem Grundgefühl Wut, wie man schon sieht. Ja. Das ist dementsprechend garantiert nicht so, wie der oben. Sondern es ist das pure Gegenteil. Es ist mega aktiv. Zum Teil sehr impulsiv, je nachdem was es sonst noch hat. Und Achtung, es ist extrem strukturiert und linear. Also, ein Holzkind braucht Struktur. Am liebsten will es auch Struktur haben. Es will Ordnung haben. Ordnung in Form von, sag mir was ich machen muss. Nicht einfach, da. Ja. Und nimm dir jetzt Zeit. Und hinsitzen und was hinsitzen. Mit Holzkindern müsst ihr etwas machen. Also wenn ich mit einem Bub, weil meistens sind das ja auch der Buben. Nicht immer, aber oft. Spiele ich Lego. Oder spiele mit ihm Fussball. Du, wenn man mit einem Buben Fussball spielt, kann man super über Probleme reden. Aber bitte nicht mit, komm, man sitzt jetzt mal an den Tisch. Das ist so, wenn man würde an eine Schlachtbank bringen. Das geht gar nicht. Ja, das kann man mit dem Wasser super machen. Aber nicht mit einem Holzkind. Das hat so eine Energie. Und ein Holzkind will sich messen, was nur geht. Ja. Also ich messe mich da, ich messe mich dort. Ich muss dabei sein, ich muss schnell sein. Vielleicht nicht in Mathematik. Vielleicht auch nicht im Rechnen. Ja. Weil es ist ja sehr ein Bewegungsdrang. Und der Körper muss ja dementsprechend als Kind auch noch ausbildet werden. Darum sind auch Elemente Holzkinder oftmals sehr gut im Sport. Sehr gut in Handarbeit. Vielleicht eher ein bisschen in Werken. Weil da kann man noch ein bisschen unkoordiniert so, ja. Und jetzt kommt unsere Gesellschaft und sagt, Oh, im Französischen dreieinhalb. Oh. Oh, Mathematik im Vieren. Du hast ja gerade noch knapp gearbeitet. Ja, ja. Aber im Sport ein Sechser. Ohne etwas zu machen. Im Werken auch ein Sechser. Ja. Und vielleicht noch in anderen Fächern, die dann auch noch ein bisschen linear und logisch denken sind, und man sich ein bisschen bewegen kann, das ist auch noch gut in Ordnung. Aber überall, wo man es füllen muss, steil sitzen, ist es einfach scheisse. Okay. Holz. Nicht Geheimnis dafür. Ausser Rudolf-Steiner-Schule, wo man bewegen und zählen kann. Dort ist dann wieder das Holz. Sehr gut. Komisch. Okay. Das Einzige, was man beim Holz aufpassen muss, ist, er hat einen Gerechtigkeitssinn. Also er hasst Ungerechtigkeit. Was er dann aber nicht nachvollziehen kann, weil er noch ein Kind ist, ist, dass es vielleicht auch nicht so ideal ist, wenn man ihn einschlägt. Das kann er noch nicht so gut unterscheiden. Dementsprechend rutscht die Gewalt dann halt doch impulsiv an mich ein bisschen raus. Und da er ja dann im Nachhinein merkt, dass das vielleicht, na gut, also wenn es ein Böse war, dann ist es eigentlich egal im Holz. Das merkt man ziemlich gut, wenn man mit dem Kind redet und sagt, das ist doch gar nicht ein Böse gewesen. Ja klar, das ist logisch, dann muss man natürlich unbedingt fast umbringen. Klar, logisch. Das machen wir ja auch. Also sorry, wir tun ja nichts anderes ihnen beibringen, als dass wir den Bösen halt einfach, oder? Also das ist aber ein anderes Thema. Was jedoch wichtig ist zum Wissen ist, dass wenn ihr jetzt mit dem Buben oder mit dem Mädchen diskutiert, dann ist das auf 0,180 oben. Das funktioniert gar nicht. Darum wichtig, wenn ihr mit einem Holzkind reden wollt, macht das im Spiel. Irgendetwas, wo ihr es verknüpfen könnt. Im Legospielen, im Bewegen, im Wandern, im Laufen, im Hüpfen, beim Trampolin, auf dem Sofa rumspringen. Ja, schau mal still! Nein, eben nicht! Nur rumspringen und die ganze Wut irgendwann zum Körper auslassen, aber nicht an dir. Das ist wichtig. Das ist noch ungebündelte Energie. Man muss noch lernen umgehen. Schaut! Das ist ganz einfach zu merken. Ich bin sicher, dass jeder von euch schon mal Windeln hatte, bevor ihr gelernt habt, auf das WC Gaggi zu machen. Sonst wäre das definitiv wortwörtlich in die Hose. Okay? So. Das ist jetzt ein körperliches Gefühl. Oh! Ich muss! Das mussten wir lernen, damit wir nicht in die Hose machen. Bis es soweit war, haben wir Windeln nahegeben. Als Schutz, damit nicht alles voll wird. Macht Sinn! Unsere Emotionen vom Herzen sind genau dasselbe. Ja? Ihr braucht auch einen gewissen Schutz, bis sie sich kontrollieren und gut einsetzen können. Also, mein WC ist sensationell. Immer einsatzbereit. Für mich. Ist immer noch die beste Erfindung, finde ich, wenn ich nicht dringend das WC muss. Ja, das tut man manchmal gar nicht zu wertschätzen. Aber ich habe mich immer noch mega Freude an meinem WC. so. Im Gegensatz zu Wasserkinder sind sie eben, wie gesagt, sie lieben dort Strukturen. Also, sie finden es cool, wenn man dann mal etwas organisieren kann. Also, mit ihnen ein Spiel machen. So quasi, hey, schaut, wir machen jetzt ein Spiel. Sie sind Aufgaben, wir müssen die Aufgaben verteilen und wir tun das. Und dann folgt schon an und ja, ich weiss genau, den will ich nicht und ich muss mit dem zusammen sein und den kann und so. Und dann ist alles sehr lösungsorientiert. Und dort vielleicht auch mal mit jemandem zusammen, wo er ganz genau weiss, das kann ich nicht. Wie zum Beispiel, vor die Leute anstehen und reden schon. Aber schreiben und organisieren, da holt man dann lieber das Wasserelement. Ja, das kann das Holz, sehr gut. Ja. Und das ist wichtig, dass man die auch ein bisschen zusammenbringt. Nachvollziehbar? Okay. Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass sie in vielen Sachen, wenn sie sich messen, natürlich vielleicht auch ein bisschen überschätzen können. Unterschätzen ist super für Holz. Ja, ich habe gewusst, ich bin Superman. Ich finde dich schön fürs Ego. Super. Ego ist auch super. Wenn natürlich das aber nicht so funktioniert, wie sich das Holz vorgestellt hat, weil er jetzt nicht irgendetwas kann, abspringen und fliegen und das nicht funktioniert oder gewisse Sachen nicht funktionieren, dann tickt er wirklich sehr schnell aus. und das wäre noch der schönste Teil. Schlimm ist es dann, wenn es so weit geht, dass er sich als schwach sieht, nicht gut genug sieht und sich wirklich mit Sachen misst, die unrealistisch sind. Was übrigens im Erwachsenenalter auch noch so ist. Hallo für die, die Holz sind. Macht null Sinn, sich mit Leuten zu messen, die das seit x Jahren machen, eine studierte, eine Ausbildung haben und ein Fachwissen, das sich über Generationen hinwegzieht und ihr fängt jetzt erst an und findet, wieso kann ich das noch nicht? Ich weiss nicht, also ich würde nur mit wenigen mit euch mitfliegen in einem Flieger, also oben sein, geht ja noch, aber landen, starten, das klingt vielleicht jetzt unrealistisch, aber glaubt mir, es ist mega wichtig. Für gewisse Sachen braucht es einfach Zeit. Okay? Auch im Erwachsenen-Sinn. Das ist schon so. Auch ich auch. Ich bin auch Holz. Genau, Holz. So, wie gesagt, sehr grosse Stärken ist logisch zu denken. Das sind die, die sagen, Mami, das ist doch voll logisch. Also dann habt ihr ein Holz-Kind. Okay? Oder wenn ihr das so macht, das ist Holz. Dann ganz wichtig ist auch, sie sehr, sehr gerne Pläne entwickeln. Also wenn man sagt, Schatz, du musst das für mich unbedingt organisieren. Aber natürlich, Mami, ich mache das für dich. Oder noch besser ist, die Wäsche. Die Wäsche. Die Wäsche. Wenn die nicht an dem Ort ist, wo sie sollte. Ich gebe euch einen Tipp. Nicht sagen, dem Holz-Kind, mach das dort hin. Das geht gar nicht. Ich bin Holz. Autorität. Jetzt. Hallo? Das geht gar nicht. Nein. Ich muss anders sagen. Oh, Schatz, ich habe so viel zu tun. Du möchtest mir so einen Gefallen machen. Hey, ich habe heute so viel zu tun. Ich mag wahrscheinlich gar nicht. Könntest du mir die Wäsche drüber tragen? Du bist so stark. Ich weiss es. Ja, sicher, Mami. Gibt es sonst noch etwas, wo ich anpacken kann? Aber klar, ich kann das. Ich kann das. Was sensationell, was man mit Kindern alles machen kann, damit es nachher funktioniert. Und ich habe es das letzte Mal schon gesagt im Vortrag, für alle die, die wissen wollen, wenn die Kinder kommen, ihr den Rand herunterknallt, ja, und davonlaufen, die jetzt auch hundertmal sagen, Schatz, wirst du das Zeug bitte verräumen? Das funktioniert beim Wasserkind, also es funktioniert eigentlich fast keine Kinder. Ausser bei dem, beim Erden, bei denen fast eine zweite Mami. Ist übrigens wirklich auch Archetyp-Mami, aber egal. Bei dem funktioniert es, bei allen anderen funktioniert es nicht. Ein kleiner Tipp, hört auf diskutieren, hört auf etwas zu sagen. Nach drei Mal, wenn das nicht funktioniert hat, dann ist es im Hirn weg. Ihr habt einfach, ihr habt es vergamed. Sorry. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Ihr nehmt euren Wäschkorb oder eures Geschirr und tut es an den Lieblingsplatz von eurem Kind. Und dann sagt ihr, solange das da ist, ist das da. Okay? So einfach. Und dann geht der Katzpatz und das Zeug weg kommt. Und das macht ihr einfach so lange. Bis es gespeichert wird. Das reicht. Ich muss schauen. Ab und zu wird es vielleicht noch schnell austesten oder es schwingt noch ein bisschen aus. Das ist so wie bei uns auch. Wir waren ja auch nicht gerade von Anfang an trocken. Und dann, ja, wir haben ab und zu auch noch vielleicht mal etwas daneben. Und genau so ist es halt auch mit den anderen Emotionen. Also wir sind wirklich Anfang an in vielen Situationen. Wichtig ist einfach nur, wie bringt man es bei den Kindern. Okay? Es funktioniert. Also ich weiss es, ich habe es ausprobiert. Mehr als einmal. So. Dann, auch ganz toll ist, ganz toll ist, je nach Kind, wie man sich vorstellt, Kinder haben noch nicht so ein ausgeprägtes Gesicht. Und der Kiefer vom Kind, ja, der Lucia, der bei dir sehr ausgeprägt ist, ja, der Kiefer da, da könnt ihr daran messen, wie stark das ihre Glaubenssysteme sind. Also mit Glaubenssysteme meine ich wirklich, dass die Kinder, die lernen sich eigentlich nicht gross etwas sagen. das ist mal Punkt 1. Und, und darum ecken sie auch sehr oft an. Aber vielleicht im Alter ist das der Burner, dieses Durchsetzungsvermögen. Wissen Sie, der Holz wird im Frühling zugeordnet. Warum im Frühling? Weil aus einem Samen ausbrechen ist kein Zuckerschluck. Ja? Das kann man nur mit Wut. Ausbrechen kannst du nur mit Wut. Aus einer Kom-Fort-Zone. Aus einer Kom-Fort-Zone. Mit Wut. Gut. Sehr gut. Das kennen wir alle. Wenn wir hässig sind, dann sind wir sehr mutig. Und so einige Komfortzonen sind sensationell weg. Ja? Wenn ich aus einem Samen ausbrechen will, mit Angst. Viel Spass. Hm. Hm. Vielleicht morgen. Und nächstes Tag ist ja auch noch eine Chance. Ja? Mit Begeisterung. Oh ja! Ja! Voll! Ich breche aus! Ja! Ich breche aus! Ja! Mach mal! Dann kommen andere Sorgen. Ja, wenn ich jetzt ausbreche, könnte man mich fressen. Oder es könnte sein, dass vielleicht das Wetter noch nicht so passend ist. Also ich muss schon, ich meins nicht. Hm. Es könnte. Ja? Oder Ruhe. Nein. Nein. Ich finde es schön, da ist so dunkel und es ist ganz schön. Es ist schön da. Also ihr merkt, es macht alles extrem viel Sinn, was man hier vor 3'000 Jahren so zusammengeschustert hat, weil das hat man definitiv mit einem Wissen verbunden, der hirngerecht ist. Also Bilder und Sprache hirngerecht nennt man das. Denn wenn ich sage, wie sie muss, mit blauen Tüpfchen und geilen pinkigen Schnauzhaaren, dann habt ihr genau das in eurem Kopf hin. Aber für das müsst ihr alle die Wörter zuerst kennengelernt haben. So. Geht es natürlich auch im Feesrading. Darum bringe ich euch das ein bisschen näher. Haben wir noch Fragen zum Holz? Nicht. Archetype vom Holz. Achtung, hebt euch fest. Krieger. Ja, das sind auch die, die dann wirklich so quasi Hey, was schubfst du da? Noch nicht in Ruhe, Mann. Ich habe nichts dafür. Das ist wirklich ein Krieger, aus Leidenschaft heraus. oder Pionier. Wer Pionier nicht kennt, das sind Vorräter. Vorräter für ein Thema. Oder Vorforscher. Man sagt auch, solche, die Themen zusammenbringen, die es so noch nicht gibt. Das sind Pionier. oder Unternehmer. Okay? Geil, ist mega schön. Wir haben gerade einen Sonnenuntergang hier. Burner, ich schwöre es. Westflügel hinten. Also. Ja, ist das nicht? Nein, warte, wo geht es umeinander? Scheisse. Also ihr seht, mein Fachwissen ist definitiv mehr so in den Hirnforschen. Stimmt schon? What the hell? Okay. Gut, jetzt habe ich es gleich verraten. Also ich kenne mir in der Himmelsrichtung nicht aus. Aber ich weiss, dass sie existieren und wie sie heissen. Wie ohne Seifenwaschen. Also. Ja. Es hat aber gefragt, wie man das erkennt. Ja. Ich kann sonst gerne mal darauf eingehen, kurz. Obwohl ich das gerne am Schluss gemacht habe. Aber danke für den Input. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich es gerade zeige. Ich zeige euch, wie man das Wasser erkennt. Okay? Also Wasser erkennt man erstens mal ab der Stirn. Wenn sie rund ist oder sehr gross ist. Das ist die Stirn. Dort erkennt man das Wasser. Wasser erkennt man auch an grossen Ohren. Wasser erkennt man auch in den Augen. Wenn sie mystisch und gross sind. Es gibt auch noch andere Merkmale, wie so Augensäcke und so und Verfärbungen. Aber das lasse ich jetzt mal noch sein. Dann da. Das hier. Das ist mein Elementwasser, das ich hier habe. Ja. Das ist das Filterum. Wenn das so gross und dominant ist und so wie eine Welle schlägt quasi. Das ist auch Elementwasser da. Und das Kini. Also man kann das Kini. Das ist auch Wasser. Also die Gesten übrigens. Also nicht die Gefälligkeitsgeste. Wenn man sich wirklich so, ich mache die ganze Zeit so. Alle, die mich kennen, kennen mich eigentlich so. und dann müssen sie sich wieder am Studieren. Ja. Das ist Wasser. Wasser studiert. Ist ja Erfinder. Das ist Wasser. Gell? Der Maris. Wenn man eben so macht, dann würde man das schnell abwägen. So mit seiner eigenen Moral und Wertvorstellungen. Passt das vielleicht? Passt das nicht? Ist das okay? Stimmt das? Nicht so. Also. Das ist Wasserelement. Und wie ihr noch unschwer könnt erkennen, ist das in allen Bereichen. Und auf das komme ich nachher ein. Okay? Das ist wichtig, dass ihr euch merkt. So. Dann haben wir Element Holz. Holz ist sichtbar da. Augenbrauen, schön buschige Augenbrauen oder so ein Wulst. Das ist Holz. Eingefallene Schläfe. Ist Holz. Also ihr merkt, den Bereich spannend. Und, Holz auch da. hier. Im Kiefer. Vielleicht mache ich euch etwas noch ein bisschen besser sichtbar. So. Das ist Holz. Natürlich gibt es auch noch andere Merkmale. Doch einfach, dass ihr seht, dass da oben kein Holz existiert. Nur in dieser Ebene und in dieser Ebene. Auch schon mal extrem spannend. vor allem, dass es genau da ist, wo ein Gedanke rutscht. Darum, wenn ich da Holz erkenne, ja, und ich Holz beschreibe, Grundgefühl Wut, dann sage ich, ich hässig. Wenn da unter ein anderes Grundgefühl ist, dann sage ich immer, ja, wenn du ein Gedanke hast und es funktioniert nicht so, wie du willst, dann wirst du hässig. Das fühlt sich so an, wie es wird heiss innen drin. Und es macht so, ffff, ffff, ffff. Und dann macht es bei den meisten, ah, ja, tatsächlich. Das ist Holz. Habe ich die Frage so beantworten? Bis jetzt? Und ich komme zum Element für. Ich kann es euch ganz schnell zeigen, wo man für erkennt. Für erkennt man erstens, das ist eigentlich völlig klar, wo er kennt man für. Es gibt übrigens Kinder, die haben wirklich beides in den Augen. Also die können sehr mystisch schauen und verdreuen. Und gleichzeitig so richtig, so wie ein fliessen Schlitter. Weisst du, so ein bisschen. Und dann könntest du denken, das ist so ein Glitter in deinen Augen da. Wirklich, die dann sagen, boah, deine Augen strahlen mega. da. Das sind Für, Kinder. So. Da ist Für. Für sieht man aber auch mit gewissen Spitzchen. Erstens mal, rote Haare, Summersprossen, können auch Elemente für sein. Ja. Und, spitzlipe da, ganz spitz, wenn es da ganz spitzli, spitz, spitz. Da in Spitz, und 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 da in Spitz. Also überall, wo solche Spitzchen sind, das ist Für. Okay? Also ihr seht auch wieder, Für gibt es auch wieder, und da. Wenn es ein ganz spitziges Kinn wäre, wäre es auch ein Für zugeordnet, aber das lasse ich meistens weg, weil es bei den Kindern, für mich, einen wichtigeren Aspekt gibt, beim Kind, auf das man achten muss. Leute, Für. 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 Ja, Für Kinder. Das sind wirklich wie Für. Für. So. Es ist der Hammer, ein Fürkind zu beobachten, wenn es sich im Element wirklich völlig verliert, aber man muss aufpassen, wenn man das Für nicht eingrenzt, dann habt ihr einfach ein Problem. Ja? Wirklich? 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 Unglaublich? Wahnsinn? Oder dich so sehr verlöchert mit Fragen, dass du das Gefühl hast, du bist ein Schweizer Käse? Ja? Mit Luftlöcher à la Gogo? Oder es ist das pure Gegenteil. Es ist mega still. Wie eine Kerze, die noch flackert. Und beide Aspekte sind die Aspekte, die ein Kind macht, wenn es gewinnend zu sehr ist auch wieder verlierend oder gewinnend in einem eindämmenden Bereich ist auch verlierend, wenn es fast erlöscht. Wir schauen, Feuer, das braucht zum Leben, braucht es etwas. Es braucht Luft, es braucht Holz, es braucht jemanden, der das Feuer anschaut. Feuerkinder, das sind wirklich Kinder, die brauchen Liebe. Mega Liebe. Kinder brauchen Bestätigung. Und jetzt kommt unsere Gesellschaft und sagt, nein! Nein! Töne eure Kinder so erzielen, dass sie sich selbst Bestätigung schenken können. Das ist schön und gut. Aber mal ganz im Ernst, wünscht sich nicht jeder irgendwie eine Nähe. Mal so eine Kuschel-Einheit. Ich weiss nicht, ich kann mich schwerlich selber küsse. Also schon, aber nicht richtig. Also so mal ein Kuss oder eine Umarmung ist schon schön, weil ich weiss nicht, ich bin zwar immer da, aber es fühlt sich nicht gleich an. Feuerkinder sind in dem sehr extrem. Sie nehmen extrem viel Wahr auch so über den Körper. Und darum ist es wichtig, dass man den Feuerkinder erstens einmal ihre Verspilltheit lässt. Weisst du, sie sind so verspillt, sie sind verrückt. Und sie denken an hundert Orten und dann da und dann und dann da über und dann das ist auch noch und da und da und überhaupt. Und jetzt kommen wir und sagen, das ist nicht gut. Dann kann man sie sehr schnell verletzen. Das ist wie ein Feuer, das man schnell mit dem Wasser abgibt. Das ist pure Misshandlung für ein Feuerkind. Sagen, das ist nicht gut. Du bist nicht gut. Die Art und Weise, wie du bist, ist nicht gut. Oder Liebesentzug. Nein, ich habe keine Zeit für dich. Das ist für ein Feuerkind, als ob man es verprügeln oder einsperren würde. Also noch lieber. Das haben Feuerkinder noch lieber. Die bringen dich so auf die Palme, anbringen, dass sie dann einfach dich wenigstens spüren und schlagen. Vierkinder sind für mich ganz spezielle Kinder, weil es unheimlich herausfordernd ist, sich so anzunehmen, dass es, ähm, wie soll ich das erklären? Dass es wirklich passend ist. Für dich als Mutter, Vater, aber auch für das Kind. Das sind die, die brauchen eine Bühne. Also wenn man ihnen sagen kann, ui, tue mal vorführen, was du hast. Das sind die, die deine Klamotten anziehen und dann eine Modenschau machen. Und oben tanzen vor dir, weil sie das mega cool finden. Flöten spielen, krumm, falsch, alles. Aber hauptsache, sie haben irgendeine Bühne, wo sie das vortragen können. Das sind Feuerkinder. Ganz wichtig bei Feuerkinder ist auch, dass sie, genau, sie müssen alles anlangen. Mmh, sie müssen alles anlangen. Und dann können sie hundert Sachen nehmen, weisst du so, oh, das Blüschstierli, und wir gehen ins Bett. Ja, bitte. Du musst an der Tasche stehen, an der Tasche stehen, und dann läuft das Buch noch da, und dann sitzt noch etwas auf dem Boden, und dann muss es das Hammer haben. Aber wir gehen ja noch ins Bett, aber das muss jetzt auch noch sein. Und dann muss man halt das Teil auflesen, und irgendjemand rein shoppen, damit es nachher dann auch mitnehmen kann. Das ist wichtig. Sehr wichtig für Feuer. Kennt ihr diese Kinder? Es sind ja hundert Sachen irgendwo. Es ist nie genug. Man muss einfach schauen. Ist das eine Nachricht gewesen? Nein, gut, ich wollte nur schauen. Also bei Feuerkind, das ist typisch. Ganz normal. Okay? Dann, was haben wir noch? Genau. Schule ist natürlich. Kinder, Feuer, sind Chaos pur. Haben ihr schon mal ein Feuer gesehen, das gerade fackelt? So? So? Nur die Höhe? Nur in dem Tempo? Nur auf die Art und Weise? Vergiss es. Ein Feuer macht... Was für dich aussieht wie das Chaos, ist ordentlich fürs Feuer. Räumst du das Zimmer auf, verschwindet es nichts mehr. Lass es sein und sagst, Schatz, kannst du mir bitte das bringen? Das geht zwei Sekunden und das hat es. Du weisst zwar nicht, was es findet, aber das sieht nur nach Chaos aus. Glaubt es mir. Na gut, wenn es anfängt zu leben, würde ich auch sagen, Schatz, wäre cool, wir würden mal eine Grundreinigung machen. Das heisst ja nicht, dass man gar nichts mehr machen muss. Aber einfach, dass ihr wisst, in der Schule sieht der Ort noch nicht so aus, wie beim Holz. Oder bei einem Metall. Metall ist ganz kurz abgeheftet und nummeriert und selber rausgeschrieben und sowieso, wie auch beim Erden. Aber beim Feuer ist es einfach... Und dann gibt es eine schlechte Note. Aber wenn du fragst, wo es ist, macht es, zeig das. Darum würde ich immer, bevor man schimpft mit dem Kind, sagen, du, es wäre doch schön, du würdest mir mal sagen, wo du es findest. Wenn sie es finden, dann wüsst du, ah, das ist deine Ordnung. Chaos. Hat nicht Albert Einstein einen mega geilen Spruch gebracht? Gell? Wer sich im Chaos rechts findet, ist ein Genie. Irgendwie so. Irgendwie so. Gell? Irgendwie so bestimmt. Jaja. Irgendwer von euch weiss es sicher. Oder? Nicht? Kein Philosophen. Nicht, Anna. So, jetzt ganz wichtig. Ja, genau. Bei denen, bei denen ist es natürlich auch so, Was? Hat er einfach etwas gesehen? Ah, ok. Genau, das habe ich alles schon gesagt. Oh, ja. Dankeschön, Tamar. Genau. Das sind übrigens die, die dann meistens Ritalin bekommen, ja, so wie auch Holzkinder, damit sie ein bisschen ruhiger sind, nicht viele Sachen gleichzeitig machen und nicht zu sehr auffallen. Ist natürlich schon schön, wenn es um schulische Leistungen geht, also es wird nicht wirklich besser, aber es ist dafür ruhiger. Also ich weiss nicht, das haben wir doch schon alles eigentlich mal hinter uns. Man sollte vielleicht auch die Schulzeit ein bisschen ändern. Wenigstens auf die Art und Weise, wie sie leben. Wir sind schon ein bisschen anders geworden. Doch einfach, dass man sich bewusst macht, dass für das Für-Kind, dass es wirklich mega wichtig ist, dass es Aufmerksamkeit bekommt und dass es vor allem sehr viel Lob bekommt. Das ist nicht wie bei anderen, nicht wie in der Gesellschaft. Von wegen, du solltest nicht zu fest loben oder so. Wie zum Beispiel die Adler Psychologie. Ich habe ja Psychologie studiert. Dort heisst es kein Lob. Einmal nicht so, wenn ein Für-Kind das aber eigentlich bräuchte. Ein Für-Kind braucht immer Lob. Wow, ist das so gut gemacht. Genau. Aber nicht so sehr, dass es nachher ausartet. Also es ist ja so, wie wenn ihr eigentlich ein Feuer im Wald wendet machen und schaut, dass nicht der ganze Wald abbringt. Ja? Man muss schauen, dass das Feuer bleibt, aber gleichzeitig schauen, dass es nicht zu sehr ausartet. Eben so könnt ihr euch das vorstellen mit einem Für-Kind. Okay? Und meistens sind Für-Kinder dann Chameure. Also sie sind wirklich... Mami, hört sich aber schön aus. Gut, aber wie Schocke. Sie machen wirklich sehr gute Implement für. Ja? Und Für sind auch meistens dann so die Sterne des Universums. So die Ratgeber. Sind sie wirklich alle zu schlecht. Sie sind Künstler und Freigeister. Richtige Freigeister. Wenn man sie lohnt. Das ist Element für. Okay? Und darum auch immer schön aufpassen. Ah, übrigens, Grüeble sind auch Element für. Ich meine, so eine Teilnehmerin bei uns in der Schule. Wo sich alle fragen, ja, aber wo ist denn das für bei ihr? Oh, da. Da. Da, 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 da. Und zwar ziemlich extrem. Gell? Nadine? Oh. Entschuldigung. Ja gut, sie weiss es jetzt. Sie kann damit umgehen. Und wie gescheit. Touch me. Please touch me. Lange es für an. Also es langt ja selber auch sehr gerne an. Also da an, dort an, dort an. Aber... Lange es an. Nehmen es. Kuscheln. Machen. Das findet sie mega schön. Okay? Reden. Vergessen es. Vergessen es. Macht auch nicht wirklich mega Sinn. Ja? Einfach nur halten. Problem gelöst. Sehr einfach. Wirklich. Okay? So. Ganz einfach. Man muss es für einfach Geborgenheit geben. In den Arm nehmen. Zack. Die grössten Probleme sind gelöst, wenn man es nur in den Arm nimmt. Das ist der Wahnsinn. So. Merkmal. Erde. Du, wir sind schon bei der Erde. Ist so spannend. Erde. Was könnte ich da für eine Farbe nehmen? Nimm das hier. Wie und wo erkennt man jetzt Erde? Mega einfach. Da. Und da. Und meistens sind es auch Kinder, die ein bisschen... Sie sind ja Erde. Erde ist rund. Erde ist nicht flach. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe nicht mehr so eine Idee. Aber es ist wirklich so. Also ich habe auch durch meine Geschäftspaterin Tamara Mayer, die ist ja Ernährungsberaterin. Und ich habe übrigens ein Erde-Element gesehen bei ihrer Hocke. Zum Glück habe ich jetzt auch schon Face-Reading. Da denke ich immer an die arme Person. Das ist einfach eine Vorstellung, die sie irgendwie übernommen hat von irgendeiner Gesellschaft. Dabei ist es wie... Ich meine, sorry. Es Küsse muss kuschelig sein. Erde ist ein Kuschelküsse. Also ich kann nicht mit einem Brett schmusen. Das geht nicht. Oder Erde ist einfach... Eben, wie ich schon gesagt habe, das ist Archetyp Mutter. Weisst du, das ist so... Das ist doch einfach... Also für mich völlig logisch. Ich kann alles andere nicht nachvollziehen. Aber vielleicht muss man das einfach denen mal gesellschaftlich anders beibringen. So. Erde ist nur da unten. Weil da sind auch dann einfach nur die Sorgen. Und nachher, wenn man zu der Lösung geht, macht das alles auch mega Sinn. Okay? Was heisst Erde? Erde, das sind Kinder, die sind einfach... Süss. Ich kann es nicht an. Die sind... Ich muss euch ein Bild zeigen. Das ist einfach... Das... Das ist Erde. Schau. Das ist Erde. Schau. Seht ihr das? Die sind... Die sind zuckersüss. Die sind so... Und die sind so lieb. Das sind die, die... Ganz wichtig... Alle Erdenkinder, die brauchen ein Schemel in der Küche. Das Schlimmste, wenn Eltern für ein Erdenkind kein Schemel haben. Weil... Die wollen mithelfen. Die wollen helfen, Wäsche machen. Die wollen helfen, Schnäpseln. Die wollen helfen, Kochen. Die wollen dem Papi helfen. Egal wie was. Es ist völlig egal. Aber sie wollen einfach helfen. Das ist Erde. Und... Erde ist ja extrem fürsorglich. Jetzt die Frage, wie kontaktfreudig das Erde ist, wenn ein Kind von den Lippen ablässt. Bei den Kindern. Wenn ein Kind ganz... Toch... Mega Lippen hat. Dann ist es eher so das, was auch... sehr freudig und kontaktfreudig mit anderen Kindern so kommt. Und ein bisschen so... Teamplayer-mäßig halt einfach ein bisschen auch Unterstützung sucht. Unterstützung gibt und und und. Das ist eine starke Fähigkeit. Bei den Lippen. Wenn aber ein Erdenkind eher so... schmale Lippen und dünne Lippen hat. Dann... fehlt die Fähigkeit ein bisschen. Das sind einfach so kleine Hinweise, wenn jemand sagt, ja, aber... Irgendwie... Also, mein Kind hat ja schon so diese Dinge und... hilft gerne und... Daran beschreibe ich es dann. Und wenn alle sagen, ja, mein Kind ist es so, aber kontaktfreudig ist es eigentlich nicht wirklich. Das liegt an der Lippen. Dann wird das Kind das nochmal anders ausleben. Zum Beispiel in Form von Fachbüchern. Weil es dann halt einfach mega viel schreibt. Oder Kochbücher schreibt und einfach nur gekocht für sich. und die dann für andere über andere Wege gefallen macht. Aber glaubt mir! Ich habe schon hunderte Gesichter gelesen. Wenn nicht schon mehr als tausend. Und jedes Gesicht hat mega Sinn angegeben. Jedes. So wie ein Wald voll ist mit Bäumen und jeder Baum macht Sinn. Weil es gibt einen Wald am Schluss. Also macht es für mich jetzt mega Sinn. Dann ist es so auch bei den Menschen. Egal. Vergessen. Sorry. Für mich ist es einfach geil. Das Gesicht macht immer Sinn. Ich kann ja nie einfach... Ja. Also. Nochmal. Sie sind sehr hilfsbereit. Das habe ich schon gesagt. Ja. Und... Sie sind nicht gerne allein. Das Schlimmste, was man dem Kind an tun kann, ist, dass es allein ist. Also wenn ihr jetzt ein Einzelkind habt, dann wäre es mega cool, wenn ihr ein Bett zusätzlich reinstellen würdet. Nicht auf das Vorfreude, dass es Geschwister gibt. Aber damit es das Gefühl hat, dass Freunde übernachten dürfen. Das gibt für das Element Erde einfach ein schönes Gefühl. Das ist so wie... Es gibt so Dinge, die haben ein Designersofa. Es sieht geil aus. Es ist ein Designersofa, aber unbequem à la gogo. Und dann gibt es halt andere, die sagen, scheisse, egal was es aussieht. Es ist mega bequem. Schon. Das sind Erden. Ja. Darum, so ein zweites Bett gibt einfach im Erden auch das Gefühl, nicht allein zu sein. Auch wenn es allein ist. Wichtig ist auch, dass man die Erde nie lange allein lässt. Also, das Schlimmste, was man antun kann, und das tut mir manchmal weh, bis in den kleinen Zehen runter, wenn dann Eltern sagen, tu scheisse bald, geh in dein Zimmer. Das ist mega schlimm. Das ist wirklich eine mega Strafe für das Kind. Mega schlimm. Das ist, wie wenn man die Erde alles Leben weh, wegnehmen würde. Da ist keine Erde mehr da. Darum heisst sie auch Erde. Erde, damit Erde einen Sinn ergibt, muss es Pflanzen drauf haben. Es muss Wesen drauf, drinnen, drunter, überall. Und das ist Erde. Erde braucht Leben. Okay? Und Genuss. Also auch so. Darum. Normal. Natürlich muss es schon ein bisschen schauen, dass es gesund ist. Aber für das habe ich einen Profi, oder? Und was auch mega... Oh, oh, oh! Ich weiss, wie ihr sofort erkennt, dass euer Kind eine Erde ist. Es sammelt. Abartig alles. Alles. Oh, ein Blättchen! Oh, ein Steinchen! Und dann willst du es aufstellen. Wenn ihr das fortschmeisst, ist das das Schlimmste für die Erde. Weil ich gehe dann schauen... Ich habe eine Mutter gekannt, die hat damals gesagt, wenn du nicht aufkommst, dann schmeisse ich alles weg. Ist mit dem Abfall und sage, zack, weg! Das Schlimmste, was du in der Erde kannst antun. Das ist so, wie wenn du einfach mal im Wald rot bist. Mega schön für die Erde ist, wenn du das Zeug nimmst und mit der Erde etwas machst. Eine Setzkaste zum Beispiel. Oder irgendwie das schön aufstellst. Das Bild, wo es dir schenkt, aufhängst und sagst, Schatz, das ist jetzt das zweififtigste Bild. Ist es okay, wenn wir von hinten anfangen, etwas weg zu tun, in Ordnung, und runter in den Keller, damit die anderen 253 Bilder haben einen Platz da drauf? Ja! Vielleicht nicht gerade so extrem, aber es wäre sehr schön, wenn ihr einfach für das Kind wirklich das Sammeln ein bisschen koordiniert beibringen könnt. Weil, wenn ihr gerne sammeln könnt, Achtung, gut anzuhören, wird es im Alter ein Problem haben mit loslassen. Einvollziehbar? Also, bringt dem Kind bitte bei, dass es absolut Sinn macht, ein Brötchen mit Schimmel drauf, auch wenn es lebt, dass es einfach einen anderen Ort braucht, als das Nachtischli. was ich schon alles erlebt habe, als den Burner. Aber, es ist so, es ist wirklich, es ist wichtig, dass das Kind von Anfang an lernt, gewisse Sachen loszulassen. Sonst hat es im Alter ein mega Problem. Und, es wird ausgenutzt. Weil, er den Kinder machen gerne Aufzug auf den anderen, wenn er sich runden und sagt, du machst sie für mich die Aufgabe, oder gibst sie ein Brötchen, am Schluss jetzt gar nichts. Also, es muss für sich wirklich lernen, eine gesunde Balance zu haben. Dass jedes Mal, bevor es etwas gibt, schaut, ob es auch etwas bekommen hat. Weil, wenn es nichts bekommen hat, dann soll es auch nichts geben. Und, wenn es es einmal gegeben hat, und noch nichts bekommen hat, dann auf keinen Fall ein zweites Mal geben. Einfach dem Kind ein wenig beibringen, wie das funktioniert. Am besten, wie mit der Erde. Also, eine Pflanze wächst nur dann, wenn man Wasser gibt. Ja, dass man das den Kindern ein wenig beibringt. Oder, bevor du etwas sagst, musst du einatmen, sonst geht es nicht. Ja? Pipi machen kann man auch, nur wenn man ganz viel trinkt. Und am besten ist es, und das ist einfach kein Witz, aber mit den Kindern kannst du das machen, indem du Rande, so roten Randensaft trinkst, dann hat es eine rote Bisse. Kennt ihr das? Rote Bisse ist für ein Kind, sorry. Also, wenn er selber, das wir nie gehabt haben, für ein Kind ist das der Burner. Er sagt, wenn du den Rand isst, kommst am nächsten Tag, kannst du die rote Pipi machen. Aber glaubt man, dass das Kind sagt, ständig auf die Schüssel, um zu schauen, ob der Pipi rot ist. Ja? Und das ist einfach wichtig. So kleine Sachen, die zum Teil für uns ausblendet sind, sollen für euch wieder in Gedanken hineinkommen, damit ihr mit dem Kind üben könnt, dass es loslässt, und dass es loslässt, cool sein kann. Nachvollziehbar? Es gibt mega viele so Tricks, die mega cool sind. So. Dann, ähm, Ja, unbedingt, unbedingt. Ganz gut schauen, dass man dem Kind auch ganz bequemen Platz gibt, weil es sind wirklich die Flümmer. Es sind so diejenigen, die so, ähm, entspannen, ist so. Ja. Bei Erden entspannen, heisst gut joggen. Oder, ich gehe nicht Fussball spielen, ich habe gemeint, willst du dich entspannen? Ja. Das ist Entspannung. Äh, Holz, was habe ich gesagt? Quatsch. Erden ist natürlich das, und Holz ist dann, ey, ja. Ja. Das war ein Test. Ich sehe hier keine Aufblinker, das geht gar nicht. Also ihr merkt, es ist schon mal, wirklich spannend, wenn man hier noch aufs Lehren eingeht, wie sehr, dass sich die Elemente hier unterscheiden, bei diesen wunderschönen Kindern. Ja. Traumhaft. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, Archetyp ist Mutter, Sammler, ich kann es auch anders sein, und Diplomat. Das sind die drei Archetypen, die Erdenkinder am besten beschreiben. Und zu guter Letzt, kommen wir noch zum Metallkind, und nachher machen wir eine Pause, und dann gebe ich euch alle Lösungen zu diesen Grundemotionen. und Emotionen. Einverstanden? Mögt ihr noch? Gut. Ah, der Kleine, sie haben es schnell nachgelacht. Das ist einfach, Minias ist dann nicht. Der Gordon, der Gordon. Der Gordon. Ist übrigens auch Holz, aber lassen wir es, wie du. Also der Kleine hält Ordnung, äh, der Kleingeist hält Ordnung. Ah, und das Genie beherrscht das Chaos. Siehst du, ich habe mir nur den Rest gemerkt. Ich wusste nur, Chaos ist ein Genie. Das Lange. Das Wesentliche halt einfach. So. Also, Metall erkennt man folgendermassen, und zwar, eine grosse Nase, und grosse Jochbein. Natürlich gibt es auch noch Gesichtsformen, und sie haben meistens so ein bisschen, eine holzige, eine gräuliche Farbe im Gesicht. Aber schaut, ihr müsst nicht einmal Face Reading können, weil Metallgesicht, und darum nehme ich das auch immer am Schluss, sind für mich, ähm, wirklich ein Herzensthema. Weil das sind die Kinder, die man definitiv zu 100% unterscheiden von allen. nur schon allein wegen der Tatsache, weil sie zu dir kommen, und sagen, Mami, ich bin da nicht auf der richtigen Welt. Ich fühle mich da irgendwie nicht zu Hause, ich gehöre irgendwie nicht da hin. Und der Grund ist, dass Metallmenschen, ähm, eine sehr feinstoffliche Wahrnehmung haben, wie die Tiere, ja. Und darum sehr viel mehr wahrnehmen, als wir anderen Menschen. Ich habe fast Durchschnittsmenschen gesagt, aber das mag vielleicht auch so sein. Sie sind wie ein Schwamm. Sie sind so sensibel, was hat das hier Antennen für die feinstoffliche Welt? Das sind Energien, die aus der Quantenphysik schon lange wissenschaftlich bewiesen sind. Das ist nicht irgendwie ein Horoskop-Laser oder so. Okay, Horoskop ist natürlich auch Wissenschaft. Ich würde da nicht runter werden. Es soll einfach euch ein Bild geben, dass sie wie bei Avatar, wenn den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Weil die nehmen das Welt zum Teil wirklich so wahr. Und können nicht nachvollziehen, dass andere Menschen durch die Geschichte laufen und das nicht wahrnehmen. Sie haben das Gefühl, sie sind ausserirdische. Dass sie nicht hier hingehören, weil das ist eine Energie, die sie spüren von, ja, vielleicht toten Menschen. Ja, das kann sein. Das sind alles Energien, die sich auflösen. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass die Natur sich irgendwie in irgendeiner Form verändert und sie das auch schon merken. Ihre Wahrnehmung ist so gigantisch, dass sie auch ganz genau wissen, wie du dich fühlst. Ganz einfach. Du kannst nichts vormachen. Unmöglich. Und das ist für die Kinder mega schlimm, wenn du sagst, es geht mir gut. Und sie merken ganz genau Bullshit. Es geht dir scheisse. Und zwar richtig. Und das muss nicht einmal dein Kind sein. Das ist einfach allgemein. Caro hat etwas geschrieben. Ja. 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 Genau. Ähm, aha. Wir reden auch von hochsensiblen Menschen oder hochsensible Kinder. Das sind wirklich Metallmenschen, das ist so, die sind auch richtig, durch das sie eine grosse Wahrnehmung haben, sind sie so ein bisschen auch Control Freaks. Also sie erkennen das sehr gut, dass sie extrem diszipliniert sind. Das ist Wahnsinn. Und alles, was keinen Sinn hat, also die können auch mal so Aussagen machen, wie, Mami, das macht jetzt null Sinn. Wirklich. Für solche Dinge habe ich keine Zeit. Mit. Fünf. Also, ich habe einen Bruder, der Metall ist. Ja. Also ich habe damals Sätze von ihm gehört, wo ich einfach gefunden habe, yes sir. Okay, alles klar. Also, aber es hat absolut Sinn gemacht. Also manchmal habe ich mir so überlegt, wie alt bist du? Also, ich habe das Gefühl, da kann sich, und die können sich auch extrem gut mit älteren Menschen unterhalten. Also es ist der Wahnsinn. Es ist sehr beeindruckend. Und die erkennen das, indem ihr gesehen, dass es penibli ordnig ist. Vor allem auch bei älteren Menschen, also Erwachsenen. Penibli ordnig. Aber wenn du den Schubladen aufmachst, dann ist das Ghetto drin. So. Also, so erkennt man Metall sehr gut aus dem Auge, aus dem Sinne, und darum sehr gut aufpassen. Bei Metallmenschen muss man sich einfach bewusst sein, dass so Aussagen wie, das ist nicht so, oder das existiert nicht, oder ja, ja, das ein bisschen klein machen, das ist gefährlich, weil ihr dann quasi wie die Wahrnehmung von dem Kind, von dem Menschen, sorry, aber Kind hierher, es ist ein Menschen, es ist ein Wesen, quasi wie runter spielen. Und egal, was für eine Fantasie aus eurer Sicht das Kind hat, wenn ihr ihm das wegnehmt, dann nimmt ihr dem Kind die grösste Fähigkeit weg. Und das ist das, was bei den meisten Menschen passiert sind, die bei mir ins Reading kommen. Und ich erkläre euch auch nachher daran, warum, und wie ihr das erkennt, und wie es eigentlich richtig sollte sein. Weil wir werden immer mit etwasem geboren, das eigentlich, bis zu dem Moment, wo wir sterben, soll aktiv sein. Ja? Und nicht irgendwo, weil andere nicht damit zurecht gekommen sind. Andere. Ja? Und darum für mich ganz wichtig ist, zum Wissen, dass, weil sie so ordentlich und so mega strukturiert sind und so mega diszipliniert sind, erkennen sie einen Fehler sofort. Und die Metallmenschen haben so übelst Mühe, mit Fehlern umzugehen. Und zwar richtig mühe. Sie zerfleischen sich sehr oft. Ja? Innerlich machen sie sich wahnsinnig über den Fehler. Und das Schlimmste, was man dem kann, indem man aufmerksam machen kann, was er falsch macht heute. Das tut dem Kind gar nicht gut. Das ist mega schlimm für das Kind. Also mit mega schlimm meine ich wirklich, also schlafen wäre noch, okay. Ja? Verprügeln? Okay. Aber sagen, was es falsch macht und dass es nicht gut ist, das ist mega schlimm für das Metall. Du zerstörst es innen drin. Ja? Es kann gut sein, dass sie Mühe haben, auch in der Öffentlichkeit. Und vor allem dann, wenn sie oft kritisiert werden in der Öffentlichkeit. Das ist sehr schlimm. Das sollte man allgemein einfach bleiben lassen. Lieber nichts sagen. Und wenn später so ansprechen, was man besser machen oder anders machen kann oder optimieren. Was ist mehr und mehr. Dass man da ein bisschen schaut. Und jetzt kommt es in die Schule. Und wenn es gut ist, ist es gut. Aber wenn es einen Fehler macht, was wird angeschaut? Das, was rot ist. Oh, jetzt gibt es ja Lehrer, die es mit einer anderen Farbe machen. Wow, es ist trotzdem ein Fehler. Okay? Also ich weiss nicht, es stört heute niemand mehr. Das letzte Mal habe ich glaube ich nie Metall mit einem L geschrieben. Ich bin Lega Stehnigerin. Heute habe ich erfahren, dass ich es mit einem L geschrieben habe. Aber es hat sich niemand gemalt. Es ist okay, es haben es alle verstanden. Hey! Wir sind wirklich Menschen mit Ecken und Kanten. Super. Manchmal ist Eckenmalt an damit. Aber in Null wollen sie. Nur damit man rund ist. Das ist Kacke. Das geht gar nicht. Und so produziert werden in der Schule, dass man wirklich Null Fehler hat. Finde ich doof. Weil Fehler sind ja die, die uns die Information geben, ah, das hat mir gefällt. Ja, genau. Super. Und glaubt mir, ihr werdet kein Leben finden auf der Welt, wo keinen Fehler macht. 100% gibt es nicht. Existiert nicht. Blödsinn, Schwan, gibt es nicht. Gibt es nicht. Okay. Aber dass ich es mal gesagt habe. Merkwemisch Grundgefühl. Was auch ganz wichtig ist, es spürt gewisse Sachen schon im Vorfeld. Also es kann gut sein, dass wenn ihr mal das Telefon schalt, übrigens auch beim Wasserkind. Und ähm, Wasserkind, und es sind ähm, Angehörige gestorben, Grosseltern oder so. Dass das Kind von Anfang an, einen Tag vorher oder in der Nacht gesagt hat, dass ich davon träumte, oder so. Das kommt sehr, sehr oft vor. Und das kennen auch praktisch alle Eltern, die Wasser- und Metall-Kinder haben. Und das ist wirklich das Zeichen so, hey wow, es darf es noch leben. Und das soll es auch leben. Wirklich auch sagen, hey schön, schön, dass du mir das sagst. Ja. Es hat jemand etwas geschrieben. Absolut. Es gibt fast nicht 100% reine. Es gibt Mischtippe und ich erkläre euch auch, wie das funktioniert. Und wie ihr das erkennt. Ohne Facereader sein. Weil es macht alles mega Sinn. Und ihr werdet sofort merken, in der Situation, wo es ist, dass es Wasser ist, oder Erde ist, oder Metall ist. Weil es so grundtypisch ist. Oh, warte. Okay. Krass. So. Und auch dort der Archetyp, Visionär, Vater und Fühler. Ja. Und ganz wichtig bei Metallkindern sagen, sie sind genau richtig auf ihrer Welt. Und die, die wir brauchen, sondern können einfach eine Welt verstehen, für die wir halt einfach keinen Verstand haben. Und der Verstand einfach dort wirklich nichts erklären kann. Weil gewisse Sachen sind einfach nur fühlbar. Wie Liebe. Ja. Für Liebe haben wir Verständnis, aber für alles andere dann auf einmal nichts mehr. Das ist irgendwie etwas schräg. Okay. Chameur, Künstler und Freigeist. Ist gut? So. Dann gebe ich euch jetzt gerade die Lösung mit, weil Tamara hat mir gerade gesagt, sie ist schon halb neun. Wollen wir schnell eine Pipi-Pause machen? Ein paar machen das so. Ich könnte auch einfach, es hat ja keinen Ton drin, also ich könnte aufs WC gehen. Ich habe alle stumm geschaltet. Ich würde einfach die Kamera abmachen. Zur Sicherheit. Oder einen Deckel auf. Ich möchte nicht jetzt. Nicht, dass wir dann noch eine Sperre bekommen. Wegen euch. Also. Jetzt haben alle Elemente folgende Lösung. Angst ist nur so lange da, solange kein Wissen da ist. Waserelemente brauchen Mut und Willenskraft. Damit sie sich Wissen aneignen können. Wenn ihr in eurem Leben Angst habt, dann habt ihr nur so lange Angst, bis ihr das Wissen habt. Wenn das Wissen da ist, habt ihr keine Angst mehr. Und wenn ihr die richtige Frage stellt, geht die Angst auch weg. Zum Beispiel, von was kannst du lernen aus der Angst? Weil da könnt ihr euch ja Wissen aneignen. Und sobald ihr euch dem widmet, ist die Angst weg. Also für Kinder ganz wichtig, Weisheit. Da. Da sind sie gut drin. Denn Wut. Wut gibt nur eins. Lern Humanität. Menschlichkeit. Jedes Mal, wenn die Wut kommt, bei euch oder bei den Kindern, da gibt es nur eine Lösung. Was will die Wut dir sagen, was du daraus lernen solltest? An dieser Menschlichkeit. Es ist vergleichbar wie, wenn wir körperlich eine Emotion haben wie Durst, dann wissen wir, ah, ich muss etwas trinken. Nicht essen, trinken. Ja. Und so wie unser Körper uns Informationen gibt für einen Mangel, gibt auch das Gefühl. Gefühl ist genau dasselbe. Das Gefühl ist, Durst ist auch ein Gefühl. Und unsere Emotion ist auch ein Gefühl, die uns einfach nur sagen wird, was wir brauchen. Und bei Wut ist es einfach, was ist menschlich an dieser Situation? Okay? Bei Begeisterung im Feuer, wenn man sich begeistert für den Opferrollen, dann gibt es nur eins. Begeisterung. Bei Feuer ist beides gleich. Begeisterung soll Begeisterung bringen. Begeister dich auch für das andere. Darum sind, das sind übrigens die Menschen, die auf der Bühne oben stehen und sagen, alles ist super. Ob du jetzt in der Tiefe bist, in der Kacken bist, dort unten kannst du etwas lernen, du kannst dich begeistern dafür. Nein. Das kann nur für. Also, du. Ich nicht. Ich werde hässig. Okay? Ich würde mich lieber oben aufhalten und würde mich nach oben aufsteigen. Ich muss nicht wieder ein Down und ein Up haben. bei mir sind Down und Up ein bisschen anders geregelt. Okay? Einfach, dass ihr das auch gerade einmal wisst. Erde... Nix. Ah, fällt. Ähm, Tipp für Feuerkinder. Ja. Ja. Am besten, am besten, ich bin Feuerkinder mit Erdenkinder zusammen. Weil das sollte sich wieder ausbalancieren. Immer ein aktives Kind mit einem Erdenkind zusammen. Und wenn ihr jetzt keine Erde zur Verfügung habt, dann geht mit diesem Kind raus. Rausen dürfen sie. Rausen dürfen sie. Rausen dürfen sie. Oder spielen lassen. So. Einfach spielen. Spielen. Spielen in Form von Theatervorspielen. Also ihr gebt im Feuerkinder eine Aufgabe und sagt, schau, heute Abend wollen wir ein Theaterstück von dir sehen. Und du musst dir eins einfallen lassen. Ihr werdet das ganze Tag als Kind wiedersehen. Weil es muss das Bühnenbild wascheln. Es muss ihre Geschichte einfallen lassen. Das ist das Beste, das Beste. Super. Und dann natürlich Kuscheltier mit einbeziehen. Als Zuschauer und so. Das ist Feuer. Super. Dann habt ihr es beschäftigt. Ist das eine Antwort? Ist das gut? Okay. Also. Bei Elementen Erden ist es ja Sorgen. Und Sorgen sind im unteren Bereich. Und da gibt es nur eins. Und zwar. Handeln. Das ist wie bei der Mutter. Wenn sich eine Mutter Sorgen macht. In dem Moment, wo die Kinder noch klein sind. Springt sie auf. Geht an und sagt, pass auf. Geh lieber runter. Oder Achtung. Oder es macht irgendetwas. Es kommt ins Handeln. Schlimm sind nur die Eltern, dass wenn die Kinder gross sind. Sich dann nur noch Sorgen machen. Und nicht mehr ins Handeln kommen. Ja. Nachvollziehbar. Das sind dann die ewigen Sorgen machen Mamis. Und kommen ins Handeln auch. Ja. Wenn sie einfach nicht mehr können. Und sie haben ja. Ihr wisst ja. Probleme mit Loslassen. Also Kinderloslassen. Darum sehr früh beibringen für Erdenelemente. Loslassen. Da macht sich eben weniger Sorgen. Und kommt mehr ins Handeln. Es ist wie beim Durst haben. Wenn ich den ganzen Tag trinke, habe ich keine Durst. Also. Wenn du den ganzen Tag handelst, kannst du dir auch keine Sorgen machen. Und Metall. Trauer. Der Wahnsinn. Bei Trauer gibt es nur eine Lösung. Dankbarkeit. Auch wenn ihr selber Trauer empfindet. Ich schwöre euch. Die Menschen sind der Wahnsinn. Die sind für alle fort dankbar. Es ist der Burner aus tiefstem Herzen heraus. Ohne Witz. Das ist mega. Wenn das das Kind lernt von Anfang an. Hey. Das wird so ein schönes harmonisches Leben haben. Das wird wie ein zweiter Dalai Lama. Naja. Fast. Es sind noch ein paar andere Elemente zuständig. Aber gleich. Dankbarkeit. Wunderschön. Auch für euch selber. So. Und jetzt sehen wir mal den Gou. Angst und Wissen aneignen. Findet auf jeder Ebene statt. Weil du kannst dich in Gedanken Weisheiten aneignen. In der Wahrnehmung Weisheiten aneignen. Und im Umsetzen Weisheiten aneignen. Darum ist das Wasser überall. Weil ihr wisst ja. Wasser ist Element Angst. Und die Lösung ist Weisheit. Überall. Angst kannst du auch überall haben. Okay. Aber wenn du denkst. Kannst du nicht einfach wütig sein. Das muss etwas mit einer Umsetzung zu tun haben. Dass du Wut empfinden kannst. Oder da unten nicht machen. Jemand hat etwas Unfairs gemacht. Also wirst du hässig. Also kannst du Menschlichkeit immer nur lernen. Wenn es um eine Umsetzung geht. Wie hat jemand einen Gedanken in die Wahrnehmung gebracht. Oder was hat er gemacht. Dort kann man Menschlichkeit lernen. Menschlich wahrnehmen macht irgendwie nichts Sinn. Aber in der Umsetzung. Das macht Sinn. Wie hat er den Gedanken umgesetzt. Ja? Nachvollziehbar? Was schmunzeln? So. Und dann gehen wir zum Für. Für. Angst. Angst gewinnen und leben. Angst. Hey mein Risikomanager. Herzlich willkommen in der Firma. Geiler Sieg. Also du sagst mir was alles schief gehen. Ich schaue, dass das nicht passiert. Geiler Job. Wir haben eine erfolgreiche Firma. Das ist Angst. Angst ist ein Krisenmanager. Nicht anderes. Angst ist echt einer der wichtigsten Mitarbeiter, der in eurem Körper da ist. Weil wenn euer Körper eine Firma ist. Ist das Hirn, der Chef, das Herz ist der Geschäftsinhaber. Inhaber von eurer Firma. Und die Mitarbeiter vom Verstand sind unsere Muskeln. Weil die machen was der da oben denkt. Wenn es gut kommt. Ja? Und cool ist natürlich wenn jetzt das Herz, die Mitarbeiter, also sprich Emotion, Emotionen hochschickt. In den Kopf. Weil das ist der Einzige, der übersetzen kann, was da unten abgeht. Der Finger weiss nicht, was mein Herz denkt. Aber der da oben, eben denkt, denkt. Was mein Herz denkt. Oh mein Gott. Seid so schon. Wenn das Herz etwas fühlt. Dann muss der da oben übersetzen. 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 Und dann muss man agieren. Tun. Der Geschäftsführer ist dafür zuständig, dass die Firma cool läuft. Aber das muss der Geschäftsführer schauen, was der Inhaber. Wird. Gebraucht. Und für was er da ist. Und Angst ist einfach ein Mitarbeiter vom Herz. Und sagt ganz klar. Schätzchen. Ich habe die Zahlen gesehen. Der Furz dahinter ist letztes Mal echt hinten raus. Besser. Nicht mehr im Lift. Wir können mit Beispinnen finden. Das finde ich nicht gut. Aber egal. Also Angst gewinnend leben. Das heisst wirklich einfach, sie herzlich willkommen heissen. Ja. Und nicht werten. Weil das passiert meistens, weil wir das so gelehrt haben. Du musst deine Emotionen werten. Die sind nicht gut. Ich kann das nicht. Das funktioniert nicht. Oder was auch immer ihr denkt über eure Gefühle. Ihr werten sie. Und ich werde so ein Wärter. Ein Gefängniswärter. Ein Wärter von eurem Herz. Also ihr könnt euer Herz ein. Geht gar nicht. Also wenn ich Gesichter sehe, die wirklich nur im Kopf leben, denke ich. Hey. Und was ist mit dem Rest? Der macht den hier oben. Das ist wirklich keinen Sinn. Ein Firma führen nur mit Verstand. Der Körper, die Mitarbeiter, die wollen gehen. Aber sie sind einfach angewachsen. Das ist ein bisschen schwer. Aber sie machen sich schon bemerkbar. Au, 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 au. Psychosomatik nennt man das. Aber den Kindern erkläre ich das so. Also. Wir waren beim Für. Für ist genau dasselbe. Begeisterung kann man überall haben. Für einen Gedanken kann man eine Begeisterung haben. Für eine Umsetzung kann man eine Begeisterung haben. Für die Wahrnehmung kann man eine Begeisterung haben. Und für das Machen kann man eine Begeisterung haben. Ja. Begeisterung. Überall. Klar, wie das Wasser. Und dasselbe bei Sorgen. Sorgen kannst du Gedanken... Also, oh nein, ich darf nicht denken. Ui, nein, gar nicht. Oh. Nein, wenn der Gedanken jetzt wieder in die falsche Richtung geht. Oh nein, jetzt ist er schon weg. Nein, jetzt ist er weg. Also, Sorgen da oben macht irgendwie keinen Sinn. Sorgen in der Wahrwege nicht. Nein, das würde ich nicht sehen. Das geht auch nicht. Ja. Wäre ein bisschen komisch. Aber da unten macht Sorgen extrem Sinn. Darum ist ja auch die Lösung das Handeln. Da unten ist das Machen. Wenn es da wäre, dann würde es nicht handeln. Da oben tust du nicht handeln. Du tust konstruieren. Dann wäre die Lösung konstruieren. Aber es heisst Handeln. Darum ist Erde nur da. Okay? Ah. Und darum gibt es Menschen, die sagen, boah, Holz da, Erde da. Also geile Gedanken. Wenn es nicht funktioniert, sind sie hässig und sich selber fertig machen. Und am Schluss machen sie sich noch Sorgen, ob das überhaupt gut genug ist. Zum Beispiel. Ja. Und zu guter Letzt Metall. Wahrnehmung. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, dass man da Dankbarkeit empfindet. Weil etwas anderes funktioniert auf dieser Ebene definitiv nicht. Seid einfach dankbar für das, was du wahrnimmst. Weil es macht alles mega Sinn, Sinnesorgan, was du wahrnimmst. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist auch da Werten. Darum macht es Sinn, dass man da dankbar ist für das, was man hat, für das, was man wahrnimmt, oder auch noch nicht weiss. Haben Sie noch Fragen? Nicht? Schaut. Gut. Ich habe für euch Unterlagen gemacht. Einerseits hier, wo ich euch aufgeschrieben habe, welches Element welches Grundgefühl hat. Und ich habe euch aufgeschrieben, wie ihr erkennt, welches Kind das man hat. Also sprich erkennt anhand der Charakterzüge, ohne Faceschule muss er sein. Von Charakterzüge, welchem Element es zugeordnet ist. Und wie es am besten lernt. Diese Dokumente habe ich euch zusammengefasst. Und ich werde euch das auf eine Homepage laden, die ganz neu ist. Die Homepage hat ein Team erstellt von mir. Saria und Fabio, danke an dieser Stelle. Weil die haben das gesponsert. Das ist eine Online-Plattform für Eltern. Also sprich für Eltern oder einfach sonst erwachsene Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Die einfach Coaches darauf sind, die aus ihrem Herzen heraus die Eltern abholen. Coachen, unterstützen, beraten in verschiedenen Bereichen, ob finanziell oder sonst irgendetwas. Und die haben ohne Witz, also danke auch an diese Stelle, dass die das wirklich machen. Die haben eine Coaching-Session für 45 Minuten gemacht, gell? Für 50 Franken. Einfach nur solidarisch. Weil ich gesagt habe, es kommt nicht in die Frage, dass kein Geld fliesst, weil die Energie muss fliessen. Aber für 50 Franken machen die das. Und unten dran, weil das jetzt gerade so gesponsert wird, Und jetzt nehme ich dort den Button an. Dort nehme ich den Button an. Also ich nicht. Das machen Fabio und Saria, das sind Profis. Die, die die Plattform gesponsert haben. Hey, danke vielmals, ich habe es so mega Freude. Und dort nehme ich euch den Button an. Dort, ich, sie. Schon. Dort könnt ihr draufdrücken und das Ganze herunterladen. Und dann haben wir es. Und ich gebe ihnen das. Und sie werden das, keine Ahnung, in den nächsten ein, zwei Tagen machen. Aber so wie ich sie kennen, werden sie wahrscheinlich eine Nachtsession einlegen. Ja, weil er ist Feuer und sie ist Wasser. Also das ist genial, die zwei. Und dann könnt ihr das herunterladen. Alles, alle Informationen. Und solltet ihr irgendwie noch Fragen haben? Ja, ihr habt jetzt meine Adressen. Mit vorbeikommen ist Corona. Aber ihr dürft mir schreiben, ihr dürft anrufen. Macht einfach. Ja. Ich kann euch weiterhelfen in gewissen Situationen. Und wenn nicht, dann würde ich euch sicher die richtigen Leute zur Verfügung stellen. Und ich weiss, die können euch weiterhelfen. Wichtig zu dieser Zeit ist einfach, sich zu unterstützen. Ich habe das Glück, dass ich die Möglichkeiten so habe. Und nochmal danke Karin, danke Alexandra, dass ihr das macht. Mit dem Coaching auch. Merci vielmals. Danke. Und schön sind ihr alle da drin gewesen. Ich finde es grandios. Es berührt jedes Mal mein Herz. Wenn wirklich Menschen da sind, die wissen wollen. Und wirklich sehen, wie wir Menschen sind. Und Kinder. Und überhaupt nicht so will. Eine Frage? Ja. Wenn sie Angst haben. Ah. Jemand hat gefragt, ob es Feuertypen gibt, die nicht gerne eine Nähe haben. Nur dann, wenn sie Angst haben, wieder verletzt zu werden. Weil, wenn sie eine Verknüpfung gemacht haben. Dass, wenn sie eine Nähe bekommen. Gleichzeitig eine Verletzung bekommen. Dann haben sie die Nähe nicht mehr gerne aus Angst. Weil, dann geht es in die Tiefe hinein. Und dann kann es passieren, dass man verletzt wird. Wenn das passiert sein sollte. Wenn man z.B. jemand umarmt hat. Und gesagt hat. Aber weisst du, ich finde es wirklich nicht gut, was du gemacht hast. Und in dem Moment, dass das Kind eigentlich ein bisschen runtergeputzt hat. Dann hat das verknüpft mit Nähe. Dann wird es eigentlich lieber nicht mehr berührt werden. Weil es findet, ja ich bin eh nicht gut genug. Und nein, ich will keine Nähe. Und in dem Schmerz hinein will es saulen. Eben, es begeistert sich dann für den Schmerz. Hauptsache, es spürt etwas. Das ist krass. Also, fein annäuchern. Vielleicht z.B. Komme ich gerne mal deine Fies ein. Das habe ich damals mit den Kindern gemacht. Fies eincremen. Massieren. Handmassage. Einfach. Oder. Kannst du mich schnell hinten den Rücken eincremen. Dass es dich berührt. Und dann. Boah, danke vielmals. Das hat das gut getan. Es war so schön. Danke. Einfach irgendwie so ein bisschen Nähe aufbauen mit Führkindern. Oder Spiele machen mit Berühren. Geht auch. Fangis z.B. Oder so. Und dann giggelt man. Dann umatmet man sich. Hihi. Dann lässt man sich wieder los. Geht auch. Hast du noch Fragen? Massage. Ah. Massage. Wer hat da geschrieben? Stefan. Ja. Ja. Berührungen. Also auch im Behindertenbereich. Man sagt ja nicht Behinderten. Man sagt ja Beinträchtigte. Jetzt. Obwohl sie sind ja durch uns behindert. Also sie sind nicht wirklich behindert. Und die haben oftmals eine Beinträchtigung. Wirklich gar keine Berührungen. Und dort sind die Menschen, die andere Menschen berühren und massieren. Gold werden. Also alle, die massieren, sind für mich einfach wie geborene Engel. Weil das ist. Die Energie ist Wahnsinn. Wahnsinn. Wann gesprucht es nicht viel? Auch für uns. Holz. Wasser. Alles. Berührung ist wichtig. Ja. Vor allem für die, die es hier reingeht. Ja. Seid ihr noch was? Ist nochmals etwas reinkommen? Genau. Kinder, die stillgestellt worden sind. Ganz ehrlich. Ich bin am Schauen mit anderen Schulen und auch mit anderen Instituten, die mit Kindern zusammen arbeiten. Die Kinder, die stillgestellt wurden, sind durch Kitalin und so. Die werden ja nur stillgestellt, damit sie ruhig sitzen und das Schema passen. Und man schaut eigentlich, dass ihr einen anderen Ausgleich habt. Oder jetzt werden schon sehr viele Lehrer mit einbunden in das Thema. Das ist das Schöne. Und wir sind dran an der Lösung. Wir sind dran. Wir haben tolle Menschen bei uns, die dran sind, das Problem zu lösen. Aber wenn ein Spital halt wirklich alt ist und schon langsam am zerbrechen ist, dann macht es keinen Sinn, das umzubauen. Es macht mehr Sinn, etwas Neues zu machen. Und dann überzügeln. Genau. Seid ihr noch etwas? Nicht mehr. Sehr schön. Ich, wie immer, muss ich sagen, es war wunderschön. Ich habe mich wieder mal verblabbert. Und das seht ihr einfach mal wie ein grosses Herzensthema. Selten, dass ich mich sofort in der Zeit, dass die, die mich kennen in den Vorträgen wissen das. Und bei Kindern geht mein Herz einfach durch. Ich habe keine eigenen Kinder. Ich liebe die über alles. Ich liebe alle Kinder. Sie sind unsere Zukunft. Und was wir ihnen mitgeben, wird das sein, was wir drin leben, wenn wir älter sind. Und darum danke vielmals, seid ihr da. Und helft mit, etwas Besseres zu machen, als das, was wir jetzt haben. Es ist auch schon schön. Doch noch besser, wenn noch schöner. Und darum danke, dass ich eurer Zeit würdig gewesen bin. Und ich wünsche euch noch das Beste. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin da. Schön. Merci vielmals. Fabio und Saria, ich danke euch, dass ihr diese Plattform gemacht habt. Die Plattform werde ich überall online stellen, wo ich einen Online-Kanal habe. Auf meiner Internetseite werde ich das machen, gerade mit einer Verlinkung. Ich werde das auf Facebook machen. Es wird nachher auch sicher Werbung gemacht. Und dort könnt ihr, ich könnte euch auch bei mir melden und ich werde euch das zuschicken. Das ist gar kein Thema. Wie es für euch am einfachsten ist. Super. Danke auch. Danke viel, viel Mal. Schönen Abend wünsche ich euch. Schlaft gut. Und wenn ihr Wasser seid, braucht ihr wahrscheinlich noch das Zeitleben.